Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dune. Ja, Leute, ich habe herrlich geschlafen diese Nacht, das kann ich euch sagen. Wir sind so auf dem aufsteigenden Ast, das ist echt sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich bin gerade hier noch auf den Statistiken und ich wollte euch nur mal zeigen mit den kontrollierten Gebieten. 39% ist unser, 9% noch für die Hakonnen übrig. Was mich wundert ist, dass die Hakonnen immer noch eine höhere Gewürzproduktion haben als wir. Das verstehe ich nicht und sie haben mittlerweile schon weniger Männer. Das sah mal ganz anders aus, das war mal eher umgekehrt und noch schlimmer. Und hier an den eingefärbten Gebieten kann man auch erkennen, wie stark wir hier überall vertreten sind. Hier oben, das ist unsere größte Baustelle hier. Und ja, da werden wir auf jeden Fall als nächstes ansetzen. Gut, ich blende mal den Globus aus. Ja, wo waren wir im Prinzip stehen geblieben? Ich weiß gar nicht, hatten wir hier Waffen gekauft? Ach nee, der hatte nichts, genau. Ja, ja, das war ja scheiße. Und hier oben wollten wir uns doch jetzt bereit machen für den nächsten Angriff. Wenn ich mich noch recht erinnere. Die letzte Folge habe ich mir jetzt nicht angesehen. Oh ja, hier oben ist sie bereit, die ganze Meute. Ich wollte mal eben kurz gucken, was noch... Ach, die Atomwaffen müssen wir noch verteilen. Oh, ja, 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 ja. Oh, wunderschönes Siege. Der würde sich schon rentieren für Atomwaffen. 2140er Trupp. Der nicht. Oh. 300 Mann Trupp. Ach, weg. Abziehen. Bewegen. Irgendwo zu den Gümmel... Gümmel landen. Nein. Auf zu den Gümmel landen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Okay, ihr habt euch aufgrund eurer Truppenstärke für diese schöne, für die neue Waffe qualifiziert. Es ist ein Metall-Football. Äh, nein, doch nicht. Doch, Atomwaffen. Wir sind ja nicht angefangen damit, die Akonen. Ihr macht das schon, Jungs. So, wie sieht es hier bei euch aus? Module. Ist gut. Und auch Module. Was ist das hier für ein Trupp? Ach, das ist unser Spionage-Trupp. Kann man hier vielleicht nochmal... Ne, wir können... Der ist ausspioniert. Ähm... Ja, also... Okay, wir haben jetzt ein bisschen... Äh... Unsere Truppen ein bisschen geändert. Also wir werden mit den zwei und denen jetzt hier... Diesen... Dieses Vor- bzw. dieses Siege angreifen. Und ich denke... Da machen wir jetzt richtig Alarm. Truppe wegen. Zack. Zack. Truppe wegen. Zack. Ach, ne. Truppe wegen. Entschuldigung. Zack. Truppe wegen. Zack. Truppe wegen. Zack. Und dann noch den hier. Und noch... Den Kollegen. Und den Kollegen. So. Jetzt hoffen wir mal... Dass wir hier einigermaßen erfolgreich sind. Ich fliege mal eben... Hoppala, Entschuldigung. Mit dem Top-Tall in die Nähe. Und dann schauen wir mal, was denn so... Dabei rumgekommen ist. Oh mein Gott. Die sind alle gefangen. Oh, das geht ja jetzt schon... Das geht ja gut los. Verdammte Axt. Okay. Finger weg von diesem Siege. Vorerst. Das ist ja unglaublich. Ja, Leute. Es tut mir leid. Wir werden... Neu laden. Und... In Arrakenhag... Als nächstes ansetzen. Ich denke... Mehr gibt es hier nicht. Ne. Wir werden... Definitiv... Uns hier sammeln. Und in Arrakenhag ansetzen. Tut mir leid, dass es in der neuen ersten Folge jetzt schon direkt wieder so losgeht. Tut mir wirklich leid. Aber... Naja, so ist das Spiel halt. Okay. Wir sehen uns in einem kurzen Augenblick wieder. Willkommen zurück. Ja, ich habe neu geladen, logischerweise. Wir haben mehr oder weniger das falsche Siege angegriffen. Wir sind ja voll auf die Nase gefallen. Das heißt, nach mehr oder weniger reichlicher Überlegung, werden wir uns gleich an Arrakenhag dran wagen. Des Weiteren werde ich meinen Spionagetrupp nochmal hierhin versetzen und den von hier aus nochmal spionieren schicken. Das ist dieser hier. Genau, Arrakenhag ist da unten. So, die Jungs sind unterwegs. Hier machen wir... Hier machen wir den Arrakenhag-Sammelpunkt. Wo war denn hier der Gümmel-Trupp? Das ist doch schon der Gümmel-Trupp, ne? Ne, 300 Mann. Dieser 800er, den könnten wir auch mal austauschen. Aber vorher... Macht ihr bitte folgendes in dem D mit. Fertig. Truppe wegen. Und geht mal hier runter zum Sammel... Punkt. Ihr... Geht bitte auch runter zum Sammelpunkt. Hier kriegt die Atomwaffen. Fertig. Truppe wegen. Ein Sammelpunkt. Truppe wegen. Ein Sammelpunkt. Sammelpunkt. Truppe wegen. Sammelpunkt. Ach ne. Oh, kacke. Truppe wegen. Hier hin. Truppe wegen. Hier hin. Guck mal, sind hier noch brauchbare? Ach ne. Oh, das ist Gurneys Next Bootcamp. Eine Gümmel-Sammelstelle. Gucken wir mal Gurney nach. Vielleicht hat er ja noch einen Tausender oder... ...zumindest ein... Einen einigermaßen starken Trupp. Ja. Oh. Truppe wegen. Mist. 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 Da haben wir schon einen da zum Waffen abkippen. So, einer müsste ja jetzt hier von Gurney unterwegs sein. Da werden wir direkt das Ziel ändern. Ja, immer noch zu viele Leute da. Gut, dann müssen wir noch mal einen anderen los schicken von da. Ne, hier bleibt da. Hier bleibt auf jeden Fall da. Hier bleibt auch da. Hier nicht. Und aufs Abstellgleis. Ja, gut, Ding will Weile haben. So, jetzt gucken wir mal. Gut. 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 Auch gut. Neuling. 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 Okay. 1020. Haben wir noch einen stärkeren? 1300. Ausrüstung verändern. Truppe Weile haben. Ich nehme mich hier auf jeden Fall auch mit rein. Arrakeen sieht. Arrakeen sieht. Oh, das sieht gut aus. Dann warten wir noch mal, bis der da ist. Ja, ich sehe, wir sind am Ende einer Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, let's play Dune. Tschüss.